ja hallo leute und jetzt willkommen zurück zu let's play in der letzten folge haben wir sachen getestet safe games oder sowas weiß ich gar nicht mehr ja genau heute möchte ich mal eine kleine runde wieder mit der toybox machen ein paar objekte testen haben wir auch noch gar nicht so wirklich gemacht ok oder jetzt einmal bin ich sicher legen wir mal direkt los ja was könnte man als erstes testen das ist jetzt die frage natürlich jetzt auch die gelegenheit mir weiter also ich habe immer die gelegenheit mir fleißig einzelne sachen einzuschicken was ja ich weiß nicht warum soll ich sagen wir das momentan und dann habe ich eine lange zeit über folgen smoke makers machen aber naja bis jetzt gut jetzt haben wir unsere leuchtrakete gesetzt können wir von unseren platzi abgeholt werden auf jeden fall ich sammle jetzt montan euro ich sammle und haben noch eure vorschläge als nächstes bauen soll ich bin noch ein bisschen müde deswegen kann ich ein bisschen in stocken geraten erlabern aber das interessiert gerade glaube ich niemanden hm level action ok was ist das denn tell me request stand da eine winchester ist das ok also ist natürlich auch ganz realistisch ok also er hat anstatt drei kugeln nur zwei eingesetzt wir haben ja ich schau mal ein bisschen rum oh gott ich bin wirklich nur sehr müde tut mir leid aber heute kommen endlich wieder selda zwei folgen natürlich zwei folgen oder eine ich weiß noch nicht das master schwert passen sind wir gerade von selda redet ja genau warte wie war es noch mal schwert im himmel halten und dann die mondkraft und dann geht tatsächlich so ja ja so muss das gehen ne auf jeden fall eine folge selda wird wahrscheinlich noch heute dazu gemacht ja guck mal lauf nicht weg dann halt doch ist mir egal so noch mal clean up everything hier so hoch wie habe ich das gemacht ich wollte doch gar nicht mit jeden auf jeden fall heute eine folge selda oder morgen eine folge selda ich sammle dann weiter weitere vorschläge noch ja passt ne was wir setzen piu 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 ok so muss das laufen und nicht anders aimbot gun hans warte oh schade neon revolver ausmachen ausmachen oh gott ja genau war auch gar nicht übertrieben jetzt ähm was könnte ich man jetzt noch machen gibt ja so viel hier ich wollte mal ein bisschen was anderes testen hmhm ähm okay die machen ja auch hier ganz schön viele äh waffen auch so selbst do not you steht hier lol heheheheh auch gut na warte Ups. Wie die Pische das einfach sein muss. Hält's ja so hin, du Naraton, dann blum, blum, oh shit. Ach Gott, ich bin heute echt ein bisschen sehr müde, doch es tut mir so leid. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass das irgendwie so ein schlechter Paar heute wird. Ich möchte einfach so schön schalten, wie immer. Auge kratzen, juck, 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 juck. So. Mhhh. Okay. Ja, gehen wir mal in die andere Kategorie darüber, in die Probst. Ähm. Super Fortress. Bestimmt auch gar nicht groß. Ach, das sei. So, jetzt habe ich hier ein schönes Flugzeug. Oh, oh. Ja, Bruchlandung, würde ich sagen. Na gut, das geht auch jetzt schön langsam um. Ich frag mich, wie große Objekte immer so beim feinen Anfang zu schweben. Oh, oh. Tja. Oh man ey, jetzt juckt mein Auge aber ganz schön. Das geht gar nicht. Entities. Das sind doch solche Teile hier, ne. Genau, dann gehen wir mal auf Seite 6 über. Auf jeden Fall, ähm, mein Merk, ähm, ich bin müde, ja. Ne, auf jeden Fall, ähm, es gibt ja auch viele Sachen, die in der Tollbox nicht vorhanden sind. Ich weiß nicht, wie, wie das, äh, gemacht wird. Gehen wir mal auf News einfach, würde ich sagen. Oh. Okay. Achja. Ich musste gerade erfolgreich das Can ein bisschen unterdrücken. Hm. Zombie in a Can. Was? Zombie in a Can. Oh, oh. Oh nein, ah. Warum lecken bei mir die ganzen NPCs so komisch rum, hm? Das hätte ich die übelste Latenz irgendwie. So. So kommt mir das auch ein bisschen echt vor, da muss ich mal sagen. Obwohl hier bei mir reinstehen, weil das lokal ist. Komisch, ähm. Pick. Guck mal. Ne, du Kleiner. Oh. Das ist süß, halt du, du Kleiner. Ich bin dein Papa. Ja, warum lecken das so rum? Also, ich habe ja flüssiges Bild alles, nur die Dings selbst, äh, Nudge Spin. Oh, oh. Was ist das denn? Hm? Muss man das verstehen? Hä? Oh. Oh. Gut. Muss man nicht verstehen. Sehr gut. Machen wir mal Thunderstorm. Gut. Es scheint mir jetzt anfängt zu riechen. Ja, ich habe gerade den Tropfen gesehen, verdammt. Da war wirklich kein Regenschirm dabei. Huch. Gar nicht gut, gar nicht gut. Ähm. Mein? Was ist denn mein? Wie hieß ich nochmal Tauben genau? Oder das sind Enten? Ne, das ist doch ein Enten, ne? Ach quatsch, das ist ein Taube Stirb Dann halt nicht Huch Ich will noch rumblitzen hier, naja Na ja, dann nehme ich gleich noch eine Folge Zelda auf und dann passt das für heute, ja Verdammt, ich bin echt müde, das tut mir leid, aber Ich hatte wohl die kühlste Nacht meines Lebens hier So weh mal Ja Ich bin hier gerade noch am lesen, was das hier alles ist Torch? Ne, ist ja langweilig Ich lasse den Regen erstmal gestoppt haben an Den machen wir auf keinen Fall an, der geht nämlich nie wieder weg Ähm Hm Centriple, was ist das? Mal schauen Huch Okay, interessant Okay, interessant Hm hm, bin ich eh... Oh LOL Hä, wie lustig war das denn? Ähm Äh Die Wolken gehen jetzt auch wieder weg Ah, das hat man glaube ich schon, ne? Juhu, und ich glaube, äh, mein Spießack geschirrt, okay Äh, ja, danke fürs Zusehen, ne? Ich weiß, die Folge geht nur 10 Minuten heute Äh, tut mir leid dafür Äh, bis zur nächsten Folge von Girls Road Bis dahin Leute, macht's gut und ciao Äh, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, nachschauen. Vielen Dank.